dieser Mann Schöpter für die Forms Schott hat noch nicht an er war damit sie durchfahren was soll hier zu tun und um ich muss wie in gleich stopp ja wahrscheinlich du nicht die Klinik nur wahrscheinlich doch um sind wir gerade in Chapter 4 du kannst ja schnell teleportieren zu mir also das ist nicht das problem irgendwo war der weg aber lang aber wir alle drei sterben müssen wir die video zurück machen ich meine so blöd werden wir jetzt doch also ich finde überhaupt nicht zurück man kann ich mal Player schreiben Skilly Jeans kann ich natürlich schreiben die sind eh wieder oh ich geh unter ja aber ich weiß nicht wie ich dann hier weiterhielt ich trinke gleich uhr aber äußerst kannte nie nicht zurücklofen da lang los schneller schneller ja ihr habt doch alle ja kein plan davon ja so jetzt ist ja auch deswegen bin ich ja auch darunter und du hast den Weg gefunden dann muss ich erst mal wieder zurück dann muss ich erst mal wieder zurück Labyrinth 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 Mann los doch mal hier durch Alter du sollst dich nicht immer teleportieren nur wenn du stubst ach das war das hier nein doch wo ist ein Leiter hoch ich bin ich habe sie schafft 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 ich habe gerade aus Versehen eine Redstone Fackel abgebaut Alter ich will doch nicht immer weh hier doch machst du doch ne ich meine jetzt nicht ich ja trotzdem ja bei mir sind aber andere uhr ich bin untergefallen sicher dass es hier nicht weiteres Jahr ähm ja schon mal 4 Obsidian ja Labyrinth Labyrinth ja aber da muss es auch weiterhin ja wenn man die Tür öffnen hier ist ein Schalter zu hinter der Tür hinter der Tür Alter warte umkommst du mir immer hinterher mach ich komm nicht mal die Treppe hoch 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 den runterfallen ich schon lange hoch nochmal runterfallen ich komm nicht mal die Leiter hoch ja ich hoch nicht haha aber ich kenne die Adventure mal bis jetzt am allergeilsten von allem die wir bis jetzt nicht ne nicht deswegen aber außer dit mit scheiße außer dit mit dieser ja da unten geht das aber auch nochmal in den Gang rin dieser äh äh Balkon Explosion dit muss noch eh nach toppen hm ich war ganz geil ich bin jetzt auch da hier habe ich Angst ja dann je dann machen wir das nächste Mal weiter kann man nicht nur diese hier wenigstens durch bei Obsidian raus so, ich bin bei Obsidian raus ja, ich geh hoch jetzt machen wir hier Cut für heute leider für heute oder für jetzt für jetzt gut, nachher, dann weiter vielleicht ich hoffe, naja, denn sagen wir erstmal bis später Leute so, jetzt gehen wir mal hier hoch Old Note this is it our last stand if any of those monsters try to reach us by vent shaft they're gonna have a nice surprise boom Alter, weg, alter, weg, alter, weg, alter, weg oh ich war ausm Schussfeld raus Glück gehabt Walker und Taser forgetting leaving some mining tools we remind about carporel punishments we recommend leaving all equipment scheiße ich bin wieder ganz und geht hier bloß nicht die Dingsens runter ja geht hier bloß nicht runter ja, hab ich geht da bloß nicht runter mach ich nicht ok, vielleicht doch ich klub hier jetzt weiter ja anders oder guck mal erstmal oben weiter nee anders kommen wir oben nicht weiter darum ja ok, ihr müsst doch hier runter vielleicht hab mich schon gewundert Gustavs Journal I really hate caves hope that there is a way to skip slave town which is also built in caverns ey, bloß mal hier hoch hier sind die Spenser ja ich hab noch nicht renne gekuckt was drin ist das ist nicht drin in case of car shortage go upper alley station ok eigentlich müssten hier minecars rauskommen naja, vielleicht doch noch nicht vielleicht kriegen wir die hier woanders hier ist hoch die geht da eben noch rechts rüber hier ist hoch ja, aber da war da eben noch ein Schalter auch noch das sieht nicht control point hier ist ein Schalter hier sind minecars ach, das ist die Tür hier von vorhin warte mal ich muss erst mal zu dir kommen wie ein Freund hier fällst du übelst runter auf der Fresse wenn du hoch bist ja ja lass mich mal hoch hier erstmal ja war das hier hier ist nischt ne, da sind minecars drinnen kann ich hier auf den Knopf drücken dann fällt es doch los ach so, ich hab ja schon den ah hä wo ist es denn hier der Schalter schließt sich oder öffnet sich hier irgendwas ja, hier der Weg siehst du oh, hier, Entschuldigung oh, Alter Mann, lass den Schalter da an hoch ich fahre mach den Schalter da an bzw. ich hacke hacke wieso kann man hier hochgehen, Sven? wie wär's wenn wir erstmal hier hochgehen Alter, ich brenne, Alter, ich brenne, Alter respawner ich glaub das war der falsche Weg kann das sein? ja wir hätten doch hier hochgehen müssen bist du runtergefallen, oder? Alter, lass mich doch einfach mal vor ja, jetzt bin ich noch runtergefallen hier oben ist blaue und grüne Wolle hier oben ist blaue und grüne Wolle Upper Alley Stations, Shortcut to the Chapter 3 Alter, wie hoch hielt denn das noch? oh da oh da cube is our mother, father and only god ich würde nur sagen, oh dachte ich fahll da runter nein ich glaub nicht, dass wir hier weiterkommen no doch, hier geht's runter ja, aber ich meine hier die Treppe wo ich eben war hier waren wir doch schon mal, oder? nee doch Gostarfs Journal hier ist die Aquädukt Shortcut to the surface is destroyed, there is no choice left das ist das Aquädukt to reach the top we must go deeper, no matter how crazy it sounds doch, das ist das Aquädukt wir sollten eigentlich noch ja nicht hier sein weißt du noch? nö wir haben noch hier die Tür aufgemacht ja ist die uns weit weg ja naja wohin? ja, da hättest du eigentlich noch nicht hingehen mussten nee, das mein ich ja in dir durft alter, ich hätt mich beinahe schon wieder auf die Fresse gemauert du machst du die paar, vielleicht sollten wir einfach mal hier runter gehen ja, waren wir ja schon mal, da kommen wir zu diesem Aquädukt nee, hier sind wir noch nicht runter, ja doch nee, hier waren wir noch nicht nee, hier sind wir noch nicht runter nee, hier sind wir noch nicht runter gegangen wo denn? man, die Treppe hier runter doch das ist eine fette Treppe doch da waren wir schon mal nein da ist das Aquädukt da waren wir schon mal drinnen ja, aber wir sind noch nicht die Treppe hier runter her doch, ich schon ihr seid ja da nicht klar gekommen dann bin ich hier runter und dann irgendwann hast du bei ihm das heißt, wir sind falsch gegangen, wir müssen nochmal von vorne anfangen ja, wo soll man denn als nächstes hin? gehen wir einfach mal wieder runter oder was? hier ist ein Wandel hä, wie bist du da rüber gekommen? wieder zurück gesprungen? wer? du bist du da rüber gekommen? ich? wo denn? hier unten her ich bin die Treppe wieder runter gegangen hoch her runter her wieso runter? na, weil ich von oben kam wieso nochmal runter? weiter unten weiter unten bestimmt weiter geht hä? ich raff jetzt ja auch nicht mehr schiezen ich geh einfach mal nochmal uch was war da? zu weit uch ich geh einfach mal die minecard Strecke hier lang ja wuch ich hab mir voll... auf die Eier gelegt uch hier fällt es ja volle kanne runter das schaff ich nicht, wenn ich springe nein es ist mein maincard weg verarschen weil mein computer so hakt ja meins hat auch übelst hoch scheiß lkw ist voll erschreckt nein nicht schon wieder lauer ich hätte mir beinahe schon wieder darin gemauld hier gustav journal in famous main town often called slave town only runes now slaves rebelled against their masters bringing doom du bist du jetzt lange hier seid ihr seid ihr schien hier schon lange hier ja wann denn bitte wir sind die lang gefahren aber lass mal ja du bist auch schon ping pong alter du bist king kong ja ich glaube hier müssten mal lang durch die unten schon mal drinnen nö ich bin gerade im wasser gustavs journal there must be way to slave master station it should take us straight to enclave building hope that there is a way out hoch ist mir schon wieder runtergefallen ach ihr seid hier hoch ja mann alter geht doch man alle gleichzeitig hier hoch zu spät ja hier kommst du sowieso nicht weiter noch ach da musst du rüberspringen ja denn ist hat er hier nochmal weg junger ne 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 auf den sack na spring jetzt da guck mir auch hoch ach man ja ich schaff's wieder ja nicht doch ich hab's auch geschafft huch jetzt nicht mehr nein scheiße den letzten ne ja jeder mal weg geht doch mal alle weg hier ja nur spring nochmal der steht ihnen immer am weg ey oh ja ja alter nu hu sa nu mach ja